Müsstest du eigentlich einmal probieren? Doch einmal probieren, aber ich finde es blöd. In der Stadt der Toledo, in der Stadt der Sonne, in der Stadt der Toledo, in der Stadt der Sonne. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Hinterher hat er noch gesagt, naja, in die einzelnen Spuren darf man sowieso gar nicht gehen. Und dann habe ich gedacht, okay, ich lasse es einfach bleiben. Ich hänge den Job an den Nagel.